Was geht ab Freunde? Willkommen zu einem neuen Vlog Video. An dieser Stelle aber ein wenig anders als nun ja sagen wir mal sonst so. Denn ich möchte an dieser Stelle mal kurz einen kleinen Einschnitt machen. Ich wollte nämlich eigentlich draußen aufnehmen. Jo Freunde, was geht ab? Ich war gerade heute eine Runde drauf im Spazieren. Natürlich im wunderschönen Sommerlook. Ja, natürlich alles perfekt dafür ausgelegt bei so einem wunderschönen Tag mit strahlendem Sonnenschein. Oh Mann, sieht das gut aus. So trocken und warm, da fühlt man sich glatt wohl. Und Mensch, da habe ich doch glatt vergessen einen Vlog zu machen. Ach Mist. Na ja, muss ich den halt eben zu Hause aufnehmen. Ja, tolles Wetter draußen. Wunderschön, glaubt man gar nicht. Ja und wie man sehen konnte, hat das super funktioniert. Schönes Wetter draußen. Mittlerweile wurde es wieder besser, aber dann dachte ich mir, ja scheißegal. Nicht, dass es wieder anfängt. So, ähm, was gibt es zu sagen? Wieder mal ein paar Infos hier rauszuklöppeln. Ähm, der Aufbau hier ist relativ improvisiert und funktioniert recht gut, erstaunlicherweise. Ähm, ich habe den großen Vorteil, ich kann meine Kamera dort hinten jetzt aufstellen und habe diese unglaublich tolle Fernbedienung mit dazu bekommen. Äh, ist nur ein bisschen nervig, weil die Verbindung zu dem Ding ist so, dass ich die halt so halten muss, damit es funktioniert. Ein bisschen suboptimal, aber, mh, nicht schlimm. Ich hoffe auch, die Tonqualität ist okay, weil ich nehme das erste Mal mit dem Mikro auf, was weiter weg von mir steht. Die Empfindlichkeit ein bisschen angepasst und hoffe, dass es reicht. Ansonsten muss ich mal schauen, wie ich runter rumschrauben kann. So viel ist ja nicht möglich. Ähm, so, was gibt es noch zu sagen? Ich wollte mal rausklöppeln, was denn so mit meinen Videos ist. Also, wieso die Qualität jetzt 1080p ist und so weiter. Denn im Zuge der anstehenden Gamescom habe ich, äh, mir einen kleinen, äh, Schatz gegönnt. Einen Lenovo Laptop. Warte, wo ist es da? Äh. So, Lenovo Laptop. Das ist vorweg gesagt kein Product Placement. Äh, ich krieg kein Geld dafür. Ich mach das einfach nur als Infovideo, weil ich denke, warum noch nicht? Ähm, das ist ein relativ guter Lenovo. Ist, ähm, vom Vorbesitzer auch gut behandelt worden. Der, ähm, ist nicht schlecht. Ist ein Lenovo IdeaPad Z570. Hat ein Intel Core i7 Quad-Core drinne, eine Nvidia GeForce irgendwas, was mir relativ scheißegal ist. Äh, yo, hab ich wieder umgestellt auf Windows 7, weil Windows 10 drauf war und ich Windows 10 nicht mag. Hab Ewigkeiten gebraucht, ähm, bis ich endlich mal Videos drauf rendern konnte. Problem war nämlich, dass die Codex beim Installieren nicht mitgeliefert werden. Die man für, ich benutze Vegas Pro, ähm, ja, die man dafür braucht, um AVI-Dateien erkennen zu können, sind nicht mit dabei. Und ich hab ewig rumgerätselt, hab Codex installiert, gelöscht und was auch immer. Äh, QuickTime drauf gemacht. Und im Endeffekt bei mir hat geholfen, Fraps zu installieren. Kann man mal empfehlen, für den Fall, dass jemand das Video jetzt schaut und dieselben Probleme hat. Ist aber jetzt kein Hilfe-Video. Außerdem weiß ich nicht, was man sonst noch so machen kann. Und, ja. Ich kann jetzt drauf rendern. Quad-Core ist natürlich leicht übertaktet, wenn ich mich recht entsinne, von 2.7 auf 2.9. Bin mir aber nicht ganz sicher. Also, ich kann da nichts versprechen. Und, jo. Ähm, funktioniert super. 1080p in anderthalb Stunden. Im Vergleich zu den Videos, die ich halt auf meinem PC rendere, die halt dann eine Stunde 45 ungefähr brauchen. Für 720p. Ist ein geiler Unterschied. Und, jo. Von der Größe her sind die ja nicht so viel unterschiedlich. Aber die Renderzeit ist halt das Krasse daran gewesen. Ähm. Dachte ich, fand ich mal ganz informativ. Äh, mein Merch könnt ihr übrigens kaufen. Ja, ich hab jetzt Merch. Habe ich jetzt, äh, angemeldet. Nein, natürlich nicht. Ähm. Den Pullover hatte ich mir vor einer ganzen Weile mal selber gemacht. Mit meinem Logo halt drauf. Einmal vorne hier dieses... Der F ist eine F... Kamera umdenken. Warum guck ich auch auf die Kamera? Hier dieses, äh, wunderschöne Raccoon Style Play Scopes Zeichen. Und da auf dem Ruckern. Muss ich jetzt eigentlich mal das Mikrofon wegmachen. Dann lege ich mal kurz die Maus weg. Ich hab mir nämlich eine USB-Maus angeschlossen. Äh, eine USB-Maus, ja klar. Funk-Maus. Das Zeichen mit Schriftzug Raccoon Style Play. Ja, falls ihr jemanden seht, der so ein Pullover hat, ist er entweder ein Faker oder ich. Wenn es ein Faker ist, meldet ihn mal bei mir. Äh, der kriegt nämlich eine saftige Anzeige, weil das Ding ist Copyright. Nene, 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 nene. Von daher, alles schick. Das ist nämlich mein Zeichen. Das darf keiner haben. Außer ich biete es irgendwann als Merch an, aber das kann bei meinen aktuellen Abonnenten noch ein wenig dauern. 43 ist jetzt nicht die Welt. Ich bin stolz drauf, aber es ist nicht... Oh, da hab ich ins Mikro gelacht, es tut mir leid. Muss ich mal schauen, ob es hinterher ein wenig zu stark ist. Jo, so, 5 Minuten. Ja, reicht eigentlich auch schon, oder? Würde ich sagen, an der Stelle ist eigentlich auch nichts weiter gesagt. Lenovo. Ich hab... Fernbedienung. Die... Also, die ist cool eigentlich, muss ich mal so nebenbei sagen, ne? Also, die Kamera, die ich hab, ist echt Hammer. Die ist... Finde ich nice. Kann man nicht anders sagen. Nur halt bei nah rangehaltenen Vlogs, so beim Laufen, ist halt die 30 FPS, die es leider nur hat, nicht ganz so Bombe. Von daher, das macht die Qualität. Ich versuche auch noch irgendwann mal ein Weitwinkelobjektiv oder ein Fischauge oder irgendwie sowas zu kriegen. Aber das ist bei dem Modell, glaube ich, relativ schwierig. Soweit ich das sehe, passt da eigentlich nichts rauf. Ist halt schade, weil dann sieht man halt immer nur mein Gesicht. Und das, äh... Ja, ihr wisst ja, das will man ja eigentlich nicht. Nicht so unbedingt. Sonst noch was zu sagen. Ich schau mal, guck... Tschüss Fernbedienung. Ich schau mal in meinem Raum rum. Äh... Übrigens, ein 100-Abonnenten-Special würde auch kommen. Und...